Einen wunderschönen guten Morgen! Rolle? Super! Ja, so gefällt mir das, Alter. Brav trainiert, würde ich sagen. Und nicht nur im Gym. So, da hat schon einiges erledigt. Ein bisschen Papa besuchen. Jetzt habe ich einen Fisch gegönnt. Jetzt machen wir ein bisschen Däpf, Alter. Die Brustformen, verstehst du? Jawohl! Zauficiente! Da hinten chieft! Wir haben ein Brusttraining heute geschafft, über eine Stunde wieder je fünf bis sieben Wiederholungen gegeben, Vollgas. Oh mein Gott. Also Leute, immer schön am Ball bleiben hier. Auch wenn ihr nicht so oft die Woche schafft, besser zweimal als keinmal. Ist halb so viel, bringt auch schon was, raucht nur die Hälfte. Schaut nicht so oft her an, dehnt euch lieber, lest ein Buch und statt nur Vibe auf TikTok Schaut euch irgendwas fürs Mindset an und informiert euch, was ihr mit eurem Geld machen könnt, außer das neueste iPhone-Kaufmann. Da gibt es ein paar bessere Sachen, wie investieren. Yes, also bis morgen.